Firma Hagleitner, Familienunternehmen in Zell am See. Wir sind ein Unternehmen, das über Jahrzehnte nachhaltig und umweltschonend agiert. Es ist uns ein Bedürfnis, hier langfristig die Dinge zu betrachten und die Investitionen, die ein Familienunternehmen tätigt, werden nicht zu Tode gerechnet, sondern wir haben eine Verpflichtung auch der nächsten Generation und das leben wir. Ein Löwenanteil der Einsparungen war die Umsetzung des Heiz- und Kühlkonzeptes in der neuen Spritzgusshalle. Wir haben auch am Dach 420 Sonnenkollektoren neu aufgestellt. Wir konnten insgesamt 760.000 Kilowattstunden einsparen. Durch die Zusammenführung der Spritzgussproduktion konnten wir weitere 15.000 Liter Diesel einsparen. Unsere Innovationen im Bereich Spender und Produkt und auch Verpackung haben wir hier ein Produkt, mit dem man in 2,5, 2,6 Liter, 800 Liter Fertiglösung herstellen kann, das spart Energie und schont die Umwelt. Unser Ziel ist es, dass wir unser LED- und Heiz- und Kühlsystemprojekt auf die anderen Produktionsbereiche umsetzen. Viel wichtiger aber noch ist, dass wir das Thema Druckluft gesamtheitlich im Gesamtunternehmen optimieren. Da ist unwahrscheinlich viel Einsparpotenzial da. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017